BMW-CEO Oliver Zipse schlägt Alarm. Die deutsche Automobilindustrie ist in Gefahr. In einem aktuellen Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat BMW-CEO Oliver Zipse eine düstere Prognose für die Zukunft der deutschen Automobilindustrie abgegeben. Zipse warnte eindringlich davor, dass die aktuelle deutsche und europäische Politik die gesamte Wertschöpfung der deutschen Automobilkonzerne in den nächsten 15 Jahren halbieren könnte. Dies hätte nicht nur dramatische Folgen für die Aktionäre von BMW, sondern auch für die deutsche Wirtschaft insgesamt. Die Automobilindustrie ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und sichert nicht nur die Existenz großer Konzerne, sondern auch unzähliger Zulieferbetriebe und deren Beschäftigte. Doch laut Zipse geraten diese zunehmend unter Druck. Hohe Energiekosten und die Verlagerung der Produktion ins Ausland stellen immer größere Herausforderungen dar. In dem Interview betonte Zipse, dass die Industrie in Deutschland erpressbar geworden sei. Er kritisierte die Einführung eines Verbrennerverbots ab 2035 als naiv und warnte vor den weitreichenden Folgen solcher Regulierungen. Zipse argumentierte, dass eine solch drastische Marktregulierung die Wettbewerbsposition und die ökologische Wirkung der Industrie verschlechtere. Ohne Wirtschaftswachstum gäbe es auch keinen wirksamen Klimaschutz, so Zipse. Besonders besorgt zeigte sich Zipse über die Abhängigkeit von internationalen Rohstofflieferanten. Wenn Europa sich auf Elektrofahrzeuge festlegt, könnten die Preise für die benötigten Rohstoffe erheblich steigen, da Lieferanten die Marktmechanismen zu ihrem Vorteil nutzen könnten. Dies würde die ohnehin schon geschwächte Wettbewerbsposition der europäischen und deutschen Unternehmen weiter verschlechtern. Zipse forderte die Politik auf, sich klar zum Wirtschaftswachstum zu bekennen und rationalere Ansätze zu verfolgen. Dazu gehöre auch die Förderung alternativer Kraftstoffe wie E-Fuels, die bis zu 90 Prozent weniger CO2-Emissionen verursachen könnten. Die Diskussion um die Zukunft der deutschen Automobilindustrie zeigt einmal mehr die Spannungen zwischen wirtschaftlichen Interessen und politischen Klimazielen. Während die Politik strenge Regulierungen zum Schutz der Umwelt plant, warnen Industrielle vor den ökonomischen Folgen solcher Maßnahmen. Zipse äußerte zudem Kritik an der politischen Haltung gegenüber China. Er bezeichnete es als widersprüchlich, einerseits die Produktion von Verbrennungsmotoren zu verbieten und andererseits zu verlangen, dass man sich von China abkapselt, obwohl viele wichtige Rohstoffe und Komponenten aus dem asiatischen Land kommen. Dies unterstreiche die mangelnde Sachkenntnis der politischen Entscheidungsträger. Abschließend betonte Zipse, dass BMW weiterhin stark aufgestellt sei und über eine robuste Gewinnmarge von 10 Prozent verfüge. Dennoch sei die langfristige Perspektive der gesamten Branche ohne eine Anpassung der politischen Rahmenbedingungen gefährdet. Der Alarmruf des BMW-CEOs Oliver Zipse wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, vor denen die deutsche Automobilindustrie steht. Hohe Energiekosten, strenge Regulierungen und internationale Abhängigkeiten könnten die Zukunft einer der wichtigsten Industrien des Landes erheblich beeinträchtigen. Es bleibt abzuwarten, wie die Politik auf diese Warnungen reagieren wird und ob ein Ausgleich zwischen ökonomischen und ökologischen Zielen gefunden werden kann.